schwarze Kürfikrosen hier noch was? ach das sind grüne Rosen das ist mal kaputt brauchst du rote Farbe, ich heb die mal auf ja, äh, äh ja, äh oh ne ne hm 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 ich meine, hier die Farbe raus ich will das mal probieren, wie das aussieht hab ich ein Schiebermützel auf also das ist, also das ist, äh, 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 aber hier, äh, es muss ein Mod, oder? die Mod, genau äh, wie gibt's hier regulär, weil du, äh, hier sagt das hinten hier ist offen hier geht's dann hoch ah, hier, ah, hier können wir hochgehen, oder? ah, hier können wir hochgehen, oder? ah, hier können wir hochgehen, oder? da ist irgendwas anderes was ist denn das? muss man da rüber? ich schätz mal, da kommen wir automatisch hin, oder? ja, könnte man so rumgehen ja ok so gut, da gehen wir da mal hoch so, die dobe in Gedanke oh, hier oben liegt auch ne Tasche so, das hätte man jetzt, glaub ich, gebraucht, äh, um, äh, um hoch zu gehen, ne? äh äh andererseits, andererseits, wir können ja so hoch springen ja, nö, ich hab ja die Tasche schon also, hast du schon okay? ja nein, huh, huh, huh hast du runtergefallen ich weiß die los oah 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 fes den walken komische Abeteilfe hier der will da kämen nicht arbeiten he ah ohne Sonnenbrille deswegen haben sie auch alle hier so eine schlechte Laune hier ja echt mal alle Depressionen hier so oh hallo mal gucken wir mal was es in der Küche so gibt hat nun der Küchenchef heute so gemacht irgendwie randalieren sie hier hinterm Kühlschrank die randalieren hinterm Kühlschrank hinterm Kühlschrank, ja und 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 immer durch die Wand gepocht ich hatte aber hier hinten sind noch zwei Punkte hier hinterm Kühlschrank hier 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 und ja ja im die punkte sind weg schreibtisch noch dazu gibt es nicht hier alles schlissene stiefel schmerz alles weg irgendwo nach oben gehen wieder hier die treppe hoch und einfach bei mir das war fast ganz leicht ist die treppe zu der ich mache hier drin nicht gerade er gefallen hier ist nicht gut wo steh ne kisse oh mensch ey so hier gibt es nix woa ok gemein hier genau wegen dir affe blut ich jetzt alle feuer und flamme hier das ist aber mal gut hey denn ich habe die und die getroffen irgendwie keine ahnung was gibt es hier eines? da ist bestimmt noch da oben oder? ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix das ist Oh, Achtung, Besuch, Besuch. Von hier hoch. Oh, da her. Schon ganz schön. Ach, Nägel noch, Leute. Wo ist die auf ne Working-Stiff-Kiste? Oh, da hinten will einer raus, irgendwo. Oh, hier. Woa! Ich seh bloß die scheiß Tür kaputt geht und so ne gelbe Welle auf dem Zug. Ich wollte die eigentlich oben durch die Lücke erschießen, aber dann waren sie schneller. Oh, was ist denn hier los an Material, ey? Drei Sekunden mehr gerümmt. Oh, da steht ne Kiste. Oh, Kisten sind gut. Das ist bestimmt ne Falle. Dinko. Oh, bloß ein paar Mods und, äh, und 113 Schuss, äh, 9 Millen, äh, 9 Millen. Oh, woa. Oh, woa. Oh. Woa. Hast du deine Tasche im Blick, wo die ist? Meine ist irgendwo ganz oben. Ähm, meine ist, äh, immer noch oben. Genau. So. Hier geht ne Leiter hoch, okay. Gut. Tun wir so. Mal. Da geh rüber mal über die Kante rüber. Guck'mal da steht da. Ach, guck mal, da rüber. Oh. Okay. Damit auch was wir erwarten. Was ist ein Sockerin? Abverlegen. Oh, hier ist das Schlittwort. Jetzt kommen sie hier, jetzt kommen die Freischwimmer hier. Na, ihr Lutscher? Oh, ich glaub, so lange dauert es nicht mehr. Kommen. Liegen bleiben. Das ist echt knackig, muss man sagen. Was mit euch denn? Das ist eigentlich, das ist ja fast ein Tier 6, normalerweise würde ich sagen. Das ist schon kaputt. Oh, scheiße. Krass. Oh, ist das ein 6er Swathelm? Ja, cool. Brauchst du sowas? Ne, ich hab ja einen Stahlhilf. Auch in der 6er. Ach, hier war der Schwimmbauch. Okay. Da kommen wir jetzt, wie wir mal ein Seepferdchen machen. Oh, das ist ja komm, das ist ja für Nichtschwimmer. Guck dir mal die Scheiße an, das ist ja Verarschung. So, die Hälfte ist bloß für Nichtschwimmer. Das kenn ich noch. Mit Sprungturm. Das ist ein Sack aus hier, oder? Ne, da geht's aus dem Fenster raus. Ach so. Ach so. Weil da hinten, da hinten, da hinten, da gehen sie eigentlich auch noch weiter, g? Ach so, da gehen wir erstmal da hinten weiter. Hier ist abgesperrt und hier ging sie auch irgendwie rum. Oh, das ist doch alles. Motorräuer hier. Ach, hier geht's bloß irgendwie so in den Kreis rum, aber da ist eigentlich überhaupt nichts. Los, das kannst du verlegen. Naja, geschmiedelt im Eisenstahl ab und zu. Ich krieg bloß mekanische und mexische Teile raus und für den Scrap Iron. Okay. Mach die Fahrräder, oder was? Ja, das kann sein. Ne, ich krieg hier geschmiedetes Eisen und normales Eisen. Ach so, hier auch, ey. Also, die Bänken da. Ja. Ja, da krieg ich's auch raus. So. Oben noch irgendwas drin. Geheimnis. Wo wir das hier aus dem Fenster raus... Schwimmbad, ne? Schwimmbad, genau. Da kann ich mal Fenster putzen. Geil. Wow. Ja, wo klar sein könnte. Lampesack da. Oh. Oh. Wo geht's jetzt wieder hoch? Warten wir, äh, äh, Sekunde, äh, jung. Er war doch, er definitiv noch ein Raum, äh, da wo das drin war. Och, ach noch Hambdin besucht. Da kam gerade von hinten was glauben. Okay. Die kommt und wo? Die kommt und wo? Die kommt und wo? Oh, wenn die knallt. Ja, das würde ich dann auch nicht sauber machen. Oh! 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 Seid ihr jetzt hergekommen bitte? Auch drüber? Auch hier drüber? Oh, hier ist so. Die Tür ist auch zu oder? Ne, die Tür haben sich ausgetauscht, oder? Und die Tür ist weg. Und dann... Und dann... Ne, glaub ich nicht. das ist wieder das schwimmbad also ihr genau wenn ich wieder runter gehen was sehe ich dass sich da messing Kürtel ja und wo richtig der Boden ein Nein, hier, da rein, rein oder raus? Nö. Kannst du momentan nicht sagen, ähm, äh, wo? Tüppelt ordentlich. Ah, hier. Oder sonst klappt's bei euch noch, ja? Haben wir am Glück. Die kam jetzt von unten, und von oben können sie nicht gekommen sein. Jo. Okay. Äh, Schwede, geiler Laden. Krass. Mal besucht, wo du den latscht, ne? Ich hab keine Ahnung. Oh, oh! In dem einen, äh, Munitionskasten hier gerade war, äh, ne Sixer M60. Das ist nice. Das ist nice für die Trinne gerade. Agility plus eins. Mal wie mal, wie vielleicht besorgen. Ja, cool. Wupp. Ist alles schon leer hier, ja? Gott. So mit. Das ist nicht die Werte. Ja. Wo ist man vor? Ja, hast du wieder Türgriffe? Bist du, äh, nach unten gegangen, oder was? Nee. Nee, hier aufs Klo. Aufs Klo. Ja, hier. Schadensbonus mal 4,5. Richtig Sneak Attack. Krass. Oh, der kommt weg. Oh, oh. Ey, wenn der mir dann mit 5er Zeug um die Ecke kommt, der Händler, ja? Ja, also, das ist wohl offen. Für die Action, die hier abgeht, ey. So eine Kasse. Gibt's doch separate Schmerzesgeld hier. Ja, echt mal. Oh. Oh. Oh, ach guck, wir haben hier was, äh, äh, getriggert. Oh, ach guck, wir haben hier was, äh, äh, getriggert. Oh. Oh, Achtung, Mine. Oh, ähm. Ach, das ist selber. Ja, das ist scheiße, wenn man genau so, er, äh, er daneben steht, und der scheiß Zombie rennt in die Mine rein. Ich erwischt jetzt, oder was? Nee, nee, ich hab, ähm, nee, ich hab, äh, äh, kein Schaden genommen. Ich war scheinbar weit weg, aber... Die hat's noch damals hier, äh, äh, an dem, äh, Ding hier erwischt. Ja. Der stand da genau neben mir, ja. Wo? Ach, hier sind die Minen. Warte mal. Bring die mal rein. Ja. 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 Was ist hier los? Komm. Alter, alter. Ich will doch nur was zu essen haben. Wir wollen doch nur was zu essen haben. So. Oh Gott, da ist Menschen! Eismenschen! Ja. 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 Ich will doch alles vertreten. und hunde ich kann den zwei boden schicken